habe ich die russ beachtet tatsächlich moment war ich muss noch mal jetzt aus mir auch nicht kontern weg ist am ihrer sagt sie einfach und ist weggelaufen gibt es aber nicht mehr gesundheitsgust samira warte ist die karte nicht gesehen hier lag und lag für dich keine darum ja keine doof für dich aus ist einmal gebissen jetzt reizt was gewiss noch eine bis infiziert zu spät lag eine karte auf dem bett oder was direkt vor dem bett vor dem war sie nicht nach zwischendurch aber da lag eine karte echt jetzt jetzt habe ich dir gesagt war bis auf losgelaufen ein paar losgelaufen habe ich es gesehen ich habe ich mir auf dem bett gewesen zu ihren füßen quasi ja so kann natürlich sein dass da keine ist das ist wirklich gar keine aber ein sicherungskasten ist da drin irgendwo sich gerade im haus scheinbar hat ja das ist weitermachen oder was ich will ich hier sind 60 meter unten draußen am pool pool party lange nicht gehabt 22 meter 21 mit scheinbar hinter ihm wieder 14 13 10 9 8 7 6 und wieder sein hier drin wahrscheinlich nicht eine tonne da drin achten achtung fallen nein wie nehmt das krasse nagelbombe nach ein ende auch schießen später schaden hat die radios schadbar nicht zu erkennen flatsch so so zwei so drei so viel sie kein achter die glühende ein bild von besser improvisierter hammer irgendwie ich habe eine kraftlich haben wir so es nicht aber man erhofft sich schon wie noch ein gutes irgendwas extra vor allem das ding ist doch bestimmt über langsam geschädigt eines glaube ich nicht glaube ich aber nicht leute niemals also geschickt hat er jetzt drei tage waren ja ich bin ja schon ja ich bin ja schon ja doch an wird kracht gemacht was hast du jetzt davon das weißt du damals viel anfang das spiel zu spielen haben wir auch mal hier naja also leer hier können jetzt alles auf der welt oder was ist das hier nach dir da kommt da kommt der kommt alleine der also ich weiß alles was du hast habe ich so trotzdem kommt da nicht rein hinter dir was gehören ja so nicht so nicht so aber oder so sind ja 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 das ist ja schien wir haben eine idee glaube ich er so energy drink mehr oder für helikopter wie oder was geht nicht wie geht nicht das schon an wort meine ich dann noch dass ich aber keine ausgerissen auch so die warte ich war was anderes ich habe schlimmer gemacht und nicht besser nein doch hat funktioniert und was haben wir da schwerer schraubenschlüssel gleich klopp ernst jetzt gleich klopfen schraubenschlüssel was soll denn das auch leute verarschen mich doch heute hier ich habe kann sie das nur treppige loot habe ich ja da geht es in die kanalisa ok na ihr hat bumme macht dann bräuchte andere nicht geschaffen da fang und gesehen hilfe die hat feuer wie gespuckt der sack ich habe nicht gesehen weil ua aber so ein bisschen weg fahren zuerst vor dem geht es wohl nicht so was hast du gegessen heute chili oder warten ich habe ein bisschen respekt vor dem war nicht nicht viel alter welcome back zu wem ich bin schon eine weile wieder weg arnold ja mein leben nix gut leben nix ich habe nichts zu löschen aber ich könnte das hier machen ja geschockt das funktioniert auf jeden fall naja ich bin tot er war wieder im leben gestorben ein oberthaus okay dann welcome back für dich war aftung für alle dicht an der nähe stehen blute blute mehr blute länger nimmt das rücken angriff zack zack ende aus ist wieder mal helden sagt turin jawohl das sehe ich auch so er hat mich umgebracht habe ich habe ich habe ich nicht das nenne ich nicht habe ich nicht habe ich nicht habe ich wieder bei vor allem ja ich habe gerade auf x gedrückt auf eine tastatur so was sagt es und dann genau das war nicht also das konnte niemand also das war einfach nicht anders zu machen ich bin gar nicht hier so alles profisier ja eben drum ich bin umraschtig ein ladewäscher was müsste hier das kann ich ja gar nicht die typen da drüben achtung doch ist okay achten ja ja doch das sind mehr kommt ja das war sie dass die ja ich habe es bemerkt das ist die bombe die zombies anlockt und explodiert richtig geil ja voll cool das heißt weil wir das fantastische fantastische blut die kiste ich komme nicht an wir waren schon mal hier auf der kiste oben drauf ja aber sie ist ja wieder frei hey bargeld und was ist das hier ein jagdgewehr exquisite qualität und sie hat eine interessante form tatsächlich ok mit beiden jetzt schon weiß ich will ich wieder sind ja aber weißt du was hier aber als sicherung zum einsetzen das habe ich auch gesagt da war so ein typ im weg ich bin tot war schon angeschlagen gerade habe dann nicht überlebt das war nicht einfach ging jetzt die daraus dass die drinnen wohnen weißt du schon recht so ein dicker dachte dass das geht schon irgendwie wird bis jetzt leid ist das wird nicht so ist okay ich verstehe ich was sie machen nein aber aber nur warten zu respawn ist okay überlebt eine weile das ist das reicht völlig aus ich war da freesport ehrlich jetzt an dem haus ich war da freespawn war da freespawn war da freespawn stromifizierung bist du auch tot und sein mundgeruf war selbst für die händler pinsel ist überwind war ja es gibt so aus weg aber war nicht nett ich habe angeschlagen besucht nicht für den da liegt dann oder klopft asche auf sein haupt scheiße ich habe mein ding aktiviert ach du hast das gerade beschreiben ja guck mal ich kann auch kotzen wie geht es ekelhaft aber was zum diese töten ist das hast du getan und stimmst du diese stimmst du dich war von irgendwas identifiziert was du gemacht hast ja erst mal ich habe kurz hatten dann wollte ich identifiziert ich fühle mich gemobbt weil ich war auch nicht irgendwie muss er gewesen sein da haben wir mal eben ganz kurz ein ventilrad und das abzudrehen wo soll das denn hier haben ich bin ich bin hier ein bisschen weitergelaufen und suche nach einem aber was die hand dran zombie haben irgendwas ich bin voll das gibt es aber nicht alles gut jetzt so musik ist alle jetzt bei mir oh mann o frau ja das ist jetzt ja drüben wird eigentlich hier ist gar nichts weiter ich darf mir werfen wenn sie zu finden aber nein aber was ist ja drüben und ich traue das heißt da war ich dann richtig ich meine chemie wollen wir zu stellen auch bringen aber oder auch nicht ja auch was ist denn hier los in dem boden alles mit dem schnell 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 baseballschläger ehrlich jetzt drin gewähren ich bin nur crap heute hervor gesagt aber hinten ist irgendwie noch bald und ich würde auch noch was gewesen aber 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 da war es vertäuscht dass ich habe alles ausgelutete zwar jetzt nicht so mega geil ist in der ecke mache jetzt nicht ach kurie spinnst ja wohl so jetzt aber lustig lauf schon mal weiter nein ich brauche dich aber das geht es nicht da ist ja zurück einfach mach es mach einfach alles gut alles gut das hat mir gerade wieder mit mir ist das unser freund? ja ne? petten 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 ich glaube er ist hey achso stimmt ja Hehehe 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 Geil Ich kann eigentlich eine Grafikbank grad haben, aber ist egal Ja Panpirat fragt nach dem Fortschritt, den wir haben Groß ist der Fortschritt, groß Ich hab Tapon verstanden Tapon 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 Dann kann ich bald los Creepy Das war's, schön Oh, nein, 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 nein Ich kann nicht Kennst du Omen to Kill? Ja? Kennst du den Film? Hat er schon mal erwähnt, glaube ich, aber ganz beiläufig Flüchtig, flüchtig Ja, ganz flüchtig Und er sieht in der Camaro und schafft mich So cool Ich brauche dich, um meine Randi zu sein Be Randi für alle Okay Okay Okay, ja, los, go Randi Äh, pack das Messer weg, pack das Messer Pack Okay Gut Hör dich Jetzt fliegt er hinter Jetzt fliegt er Dann Ach Ach Ach, scheiße Ja Ach Ach Okay Don't sweat it Tja, verlass deine Hütte Hey Du schaffst das Gib alles Hey Wie Radfahren, genau Wie Radfahren 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 Ja, das wird mir jetzt schon sowieso nichts Ihr müsst hier erstmal quasi aktivieren Ich habe noch nicht gesehen, dass jemand Kanalpunkte für die Aktivierung der Challenge gemacht hat Insofern werde ich sie auch nicht entsprechend aktiviert Höhöhöhöhö Beide zurück wieder Die Metro Jetzt spielen wir Metro eine Runde auch nicht schlecht Tolle Spiele Alles auf einem Kanal schon zu sehen auf YouTube, ne Metro Und Metro Redux Und, und, äh Natürlich last light Alles schön Nicht die Weltbank und ein Bauplan Ah Das wollte ich hören Das wollte ich hören Reparieren Leider kein Händler hier Äh Ich habe dir getraut, weil ich das sehe Nö, glaube ich auch nicht, Corinne Hast du recht Schritt knapp werden Hm 360 Hm Dbd-Kisten-Schlüssel erforderlich Hab ich nicht Verdammt Doch Mal Kannst du vergessen, äh Fake Arnold Die kriegt Corinne und Vampiracht nicht rein ins Chat gerade Die haben Annabot zu tun Ihr könnt aber gerne andere Leute rekrutieren für den Kanal Das ist, äh Hätte ich kein Problem mit Holt sich an die Leute Nicht dbd, sondern dpd Nicht dpd Und auch auch nicht KBG Und, äh Ach, was weiß ich Sieht so nach NASA aus irgendwie Mh 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 Okay, komm Ich war los Ja, mal ein bissl Haa Pro Person Zinka Easy Sagst du jetzt? Kannst dir raus sagen Hi Hi du Ei Ich bin da raus und erst mal noch ziemlich oft was Was? Nein, ich bin da rein, was ist die Oh, ist die doof? Ach ne, sie war es gar nicht, ne? Ich glaube, es war keine Absicht, nein Ja Ja Geil Cyberpunk Is not dead Ihr habt's hier gesehen Oder warte Punk ist der oder Oder Das ist ja ein Tod Zombie Punk ist der Ja Hab ich mal gelöscht Ja, danke Ja, was Wieso Warum Ist doch nicht mehr Luft Doch Eben sah sie noch schön aus Leiche den druck aus Ach, das können wir schon woher Warte kurz 121 Ist ein rad Ja, ich hab das schon längst gefunden Ich hab auch eins gefunden Das war zwei Räder gerade Anscheinend Ah So So Ein bisschen löschen Ein bisschen drehen Ein bisschen drehen Ach, das hat sich Ach, das hat sich Ach, das ist auch noch eins Okay Ah, meine Güte Das war jetzt wahrscheinlich ganz gedacht, wie es gemacht wird Aber hey Einfach drehen Irgendwann geht das schon Schätzungsweise Und jetzt ist ja auch Drehst Dazu bitte 20 Ich weiß nicht, was ich in welche Reihenfolge wie machen soll Warten wir dann ist 50, ne? Ach, das ist auch noch ein Ach, ja 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 Ja